Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen, weiteren Amarok-Umbausteil. Der Dominik ist schon da, ich wollte es eigentlich anmoderieren, wenn er auf den Hof gefahren kommt, aber da bist du. Ihr seht es im Titel, das Hardtop ist da, nach vier Monaten Wartezeit. Du hast es jetzt gerade dabei, weil du musst jetzt gerade noch schnell was Essen holen. Genau. Es wiegt 158 Kilo, das Ding, und jetzt bauen wir das Ding schnell drauf, bevor es anfängt zu regeln. Ich hoffe, das Wetter hält, aber das sollte jetzt, ich habe es schon mal ein bisschen gelesen, es hält. Kann es losgehen? Kann losgehen. Boah, ich bin so scheiße gehypt. Abgeschlossen. Ich habe noch nicht reingekommen, ich wollte die ganze Zeit schon reinkommen, aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Unboxing-Video wert für die Zuschauer. Wir hätten theoretisch eine Küche dabei, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hätten wir ein Ablagefach, aber das haben die jetzt noch nicht mitgeliefert, weil die Küche noch nicht fertig ist für dieses neue Modell. Das heißt, wir bauen heute erstmal nur knallhartes Hardtop hier drauf. Aaaah! Nicht Cheaten hier! Das soll zusammengebaut sein? Nee, es ist gar nicht zusammengebaut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil die haben mir gesagt, das ist schon fertig aufgebaut. Ich meine, es ist cool, das jetzt aufzubauen, aber ich wollte heute alle Teile irgendwie integrieren. Einmal schon mal vorproduzieren mit Dachzelt und so weiter und das wird halt ein bisschen eng. Aber ist auch egal, wir haben das Hardtop, wir haben Instruction Manual da hinten. Ach, du Scheiße. Gummiband? Boah, krass, ey. Allein die Seitenwange wiegt schon gefühlt 40 Kilo, das ist unglaublich. Viele von euch werden jetzt in die Kommentare reinschreiben, warum ist das Hardtop so schweineschwer. Ja, das liegt daran, dass es halt ein Edelstahl Hardtop ist und ich dieses Hardtop extra organisiert habe, weil da ja auch ein Dachzelt drauf soll. Das ist ein riesengrohle Ding hier. Und das funktioniert halt mit dem Original Hardtop nicht, weil das nicht so wirklich die Dachlast tragen kann. Das ist ja massiver als alles andere. Scheiße sieht das gut aus. Was haben wir jetzt? Das ist schon so ein langes Ding, ne? Boah, ich bin so gehypt auf dieses Ding, das sieht jetzt schon so krass aus. Alter, das ist ja ein Joko. Was ist das für ein Zeug? Mein Gott, ey. Okay, wir haben einen ganzen Schwung an Schrauben und wir haben eine Fitment-Geschichte. Weißt du, was nur das Problem ist? Hier ist das schon montiert in der Anleitung. Er sagt, wir sollen anfangen mit dem Mittelteil, was jetzt nur im Auto liegt. Schon 13 Minuten Rohmaterial und wir haben noch nicht einmal irgendwie eine Schraube eingesetzt, aber das wird schon noch. Eieieiei, genau. Und wenn wir das hier so hinlegen, dann hätten wir quasi das, was wir haben müssen. Was ist das noch so? Wir haben jetzt noch hier die Dinger, die wir weggeschmissen haben, die Platten. Die halten das Ding quasi hoch gleich, dass du das besser, dass du das gerade austragen kannst. Aber ist auch scheißegal. Ey, was sind das für die Finger hier noch? Ach, ja, das wird noch tricky. Nimmst den jetzt. Hier. Drehst den da drauf. Kommt da noch mal irgendwie eine Dichtung oder sowas zwischen? Weiß nicht, du hast die Anleitung. Also wenn ich mir das jetzt mal so angucke, macht das mit dem Band hier zwischen Sinn für mich. Ich würde das Ding auch minimal drüber legen. Das hätte ich ja vorher wissen müssen. Da muss nicht 100% mit dich sitzen. Da brauchst du jetzt keinen Schiss haben. Let's go. Anheben minimal. So, dass wir die da reinkriegen. Wahrscheinlich jetzt alle wieder raus. Er packt den, ne? Leute, das ist echt aufwendig. Das Problem ist, die Kamera wird nicht scharf stellen, aber diese Dinger, die sind gepresst und da hat man dann eiskalt einfach mal vergessen, die Dinger frei zu schneiden. Das heißt, die Konterdingens da drauf, die packen und hoffen, dass die irgendwie da reingeht. Leute, das ist der Tisch des Todes. Der muss da jetzt noch rein, genau. Hoffe ich, dass das Ding auch passt. Ich weiß nicht, ob da Schrauben sind. Ja, quer oder gerade? Ja, das weiß ich. Also, so wie das jetzt ist, nur auf den Kopf rein. Würde ich drauf tippen. Weil genau, ziehst du den in die Richtung raus. Na jetzt jetzt hier die Tischplatte. Ich frage das natürlich, wie oft willst du den Tisch rausnehmen in deinem Leben? Oft. Ja, jetzt eigentlich nur mal die andere Seite und dann, ja. So, zumachen das Ding. Leute, genau. Die Heckplatte bzw. Frontplatte kriegt, ist das noch die alte Rolle. Ja. Bekommt jetzt genau das gleiche Spiel. Also auch wieder anpassen, draufstecken. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller, weil wir haben ja mit gelernt beim Aufbau. Hol schon mal Schrauben. Ich klicke das schon mal drauf. Ja. Ja, schön, ey. Jetzt ist die Frage wieder der Pin drauflegen, ne? Der war da innen, oder? Ja. Oder war der außen? Nein, nein. Der innen war der. Alter, was ist da los? Ey, das ist doch, was sind das für dick Drexteile? Jedes Loch hier einzeln freischneiden jetzt nochmal, oder was? So, der letzte Rest vom Schützenfest, wir müssen jetzt einmal quasi rundum die Dichtung aufkleben. Dafür nehme ich jetzt einfach erstmal Industriereiniger, um die ganze Geschichte zu entfetten, weil wir jetzt mit unseren Wixgriffeln da draufgepackt haben. Und jetzt musst du da ein Wunder. Warte. Nochmal draufpacken, ne bitte. Achso. Äh. Jetzt kommt das Spaßprojekt wie Dichtung, ne? Also lauf klar. Wird hier draufgeklebt. Abziehen. Eiskalt. Krass, Alter. Die kannst du wirklich in der Ecke ziehen. Das war geil. So. So, dass das schön passt an der Dingens vorbei. Nicht, dass der Hardtop minimal rübersteht bei dem Ding, weißt du? Optimalbreite wäre in der Mitte von dem Ding. 1,68, ne? 1,58. In der Mitte? In der Mitte 1,58. Also 1,60 bis hier. Bis Mitte, ja. 1,60 sagst du? Ja. Wo bin ich da bei dir? Äh, Mitte. Okay. Dann machen wir den hier. Die lässt sich auch scheiße gut verarbeiten, dieses komische Etwas hier. Das war noch Dichtung übrig. Hardtop ist zusammengebaut. Jetzt müssen wir noch die ultimativen Halter in den Amarok schrauben. Und ich würde sagen, kurze Pinkelpause, dann geht's weiter. So, Leute. Wir haben jetzt ein bisschen Licht aufgebaut, weil es langsam dunkel wird. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Und jetzt haben wir hier unsere ultimativen Brackets. Ähm. Ja. Ja, jetzt natürlich dieses Plastik davor. Jetzt haben wir diese Abstandsgummis. Äh. Ich weiß nicht, ob sich das Ding anpresst, weil letztendlich wird das Ding hier so sitzen und dann hier oben hochkommen. Also ich hoffe, dass das klappt. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Wenn nicht, müssen wir das Inlay rausnehmen. Aber das lassen wir erstmal drin. Und den Raptor-Lack, den ich habe, den ihr auch empfohlen habt, den werde ich irgendwann mal hier so für so ein paar andere Akzente verwenden. Ja. Soll ich mal loslegen? Du hast mir hier schon so einen Schlagschrauber hingelegt, ne? Ne, du triffst die Löcher gar nicht. Das wirst du nicht schaffen. Das kann doch nicht wahr sein jetzt hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Warum passt das denn jetzt hier nicht drauf, ey? Ist das wegen der Verkleidung? Ja, natürlich ist das wegen der Verkleidung. Aber ich baue jetzt hier nicht die Verkleidung ab. Boah. Hängt da fest. Michael, du hast es. Ich wollte das einmal irgendwie... Aua, ich gehe ihn fest. Vorsicht. Yes. Machen wir einmal den. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir die beiden Schrauben. Ich fixiere ihn erstmal hier. Warum ging das nicht gleich so? Ja. Guck mal, da hast du nämlich genau den richtigen Winkel. Man hätte, wenn sie auch eine Lösung nehmen können, indem man halt länger Schrauben nimmt. Ja, aber ne, das passt ja von der Aufnahme nicht mehr. Ja, stimmt. Unterhältst du von der Idee? Das sieht echt massiv aus, das Ding. War das jetzt vier Monate? Ja, um die vier Monate hat das jetzt gedauert. Das ist das Ding da aber. Spinnen wir eben hinten drin. Welche drecks, perverse Spinne geht denn hinter die Wand? Tatsächlich. Da kommt doch nie wieder eine Fliege hin. Die sitzt da und denkt sich... Boah. Geil. So. Dann kommt da keiner. Geil. Schön. Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben die Dinger jetzt montiert. Wir haben das Inlay rausgenommen. Es sieht halt noch grauenvoll aus. Aber es ist halt original und nur dreckig. Ich werde dann irgendwann dieses Raptor-Lack-Zeugs da drauf knallen. Und jetzt knallen wir das Hardtop erstmal drauf. Komm, ich muss jetzt die Kamera irgendwo platzieren. Wo die nicht im Weg steht. Warte. Warum? Hattest du? Ich nach hinten. Warte. Ich gehe mit rein. Warte. 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 Ab ein Stück. Machst du die Klappe auf? Hier rein. Ja. Warte. 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 Die sind noch nicht dran, ne? Scheiße, sieht das geil aus. Dann müssen wir hier vorne noch einmal die Dinge ziehen. Warte, du musst mir ja ran. Bin am Ende schon, oder was? Ich glaube, du musst mir ja ran. Wie kann ich denn hier ran? Leute, das Problem ist bei unserer Drauf-Stell-Mission ist die Kamera zwischendurch ausgegangen. Aber egal, das Ding ist drauf. Krass, oder? Okay, es ist inzwischen schon schweinedunkel. Es ist schweinemäßig dunkel. Aber, ja, wir haben es, wir haben es drauf. Ne, komm Leute. Um euch das jetzt besser zu zeigen, es ist schon dunkel geworden. Wir fahren jetzt einfach mal eben in die Halle rein. Dominik muss nur mit diesem riesen Mega-Fass einmal wegfahren. Ihr seht mich überhaupt gar nicht, glaube ich gerade, ne? Aber jetzt gleich wird es hell. Achtung. 3, 2, 1. Deins. So, jetzt sind wir drin. Jetzt könnt ihr das Ding nochmal sehen. Wir haben es jetzt endlich draufgekriegt. Wir haben einen kleinen Kratzer hier reingemacht. Denn das Auto war jetzt wirklich 150 Kilo wiegt. Das Ding ist, glaube ich, jetzt gerade abgeschlossen, weil der Dominik schon wieder eine Schüssel rumgefummelt hat. Wir haben also zwei Schlüssel dabei. Wir können einmal die Seite ganz normal abschließen. Ist wirklich ein bisschen tricky, weil ihr müsst das Ding jetzt hier auf der Seite über Kopf reinstecken. Aber dann könnt ihr das Ding hier quasi aufklappen. Tatatata. Hier wäre jetzt theoretisch ein Stück Küche drin, aber die Küche ist noch nicht da, weil die Lieferzeit ein bisschen knapp wurde und nicht unbedingt was zum Bauen haben wollte und endlich dieses Hardtop drauf haben will, weil der Dachträger ja noch kommt, das Dachzelt und so weiter und so fort. Und die schicken mir diese Dinge auf jeden Fall nochmal nach. Hier hätten wir später eine ausklappbare Küche auf der Seite mit diesem fetten geilen Fenster drin. Braucht man gar nicht. So, jetzt können wir wieder einklicken. Zack, im Heckbereich. Das ist spaßig, ne Dominik, mit den Schlüsseln hier? Das ist lustig, oder? So. Genau, dann könnt ihr jetzt hier reinklicken. Nummer eins, da reinklicken, Nummer zwei. Dann könnt ihr das Ding aufmachen. Ja, hier oben hängt jetzt der Tisch, aber zu diesen ganzen Details werde ich in Zukunft nochmal kommen. Also ihr werdet dieses Ding jetzt sehr oft sehen, weil in dem nächsten Teil werden wir ja den Dachträger montieren und noch ein paar andere Anbauteile. Dieser Dachträger, der vorne ist, wird hinten nochmal drauf kommen, dann kommt da das Dachzelt drauf und dann kommt noch die Markise drauf, die da hinten in der Ecke steht. Leute, was soll ich sagen? Es war eine Scheißarbeit, ne? Also war einfach aufzubauen, definitiv, aber es war höllenschwer, das Ding, oder? Na wirklich scheiße. Es war richtig, richtig, richtig krass. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es wie immer unten in die Kommentare rein. Lasst ein Like da. Achso, auf dieser Seite wird einfach ein ganz normales Fach von innen eingesetzt, dass ich hier Taschenlampe laden kann und so weiter und so fort. Ähm, ja. Genau. Folie bleibt erstmal ab von diesem Fahrzeug, weil ich mir gedacht habe, dieser Kontrast zu schwarz und grau ist eigentlich total geil und der Wagen in grau ist so eigentlich relativ selten auf den Straßen unterwegs, deswegen bleibt es so. So, da kommen jetzt Dachträger noch drauf, da kommt eine Markise dran, da kommt noch das Dachzelt drauf und dann wirkt das halt alles nochmal ein bisschen geiler. Ich finde ganz ehrlich, die Form ist super geil aerodynamisch. Es ist die Evo-Version, das heißt, es ist so die aktuellste Version, könnt ihr das überhaupt lesen, weil das ist auch extrem matt da drauf. Ähm, ist gerade so ein Kommen. Also es gibt die Vorgänger-Version, die ganz normalen Smart Canopies, die sind fast gleich aufgebaut, aber da sind die Seitenteile, die sehen so ein bisschen spacig aus. Und das ist halt schön angepasst und aerodynamisch, wie ich finde. Sehr, 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 sehr geil. Ja, im nächsten Teil, wie gesagt, machen wir Dachträger oben drauf, dann machen wir vielleicht auch schon mal die Markise dran und dann machen wir das Dachzelt da drauf und dann geht die ganze Luzi wieder von vorne los. Innovatik-Bedienter, schreiben auch ganz viele Leute in die Kommentare. Ich habe, das kann ich mal zeigen, viele haben ja auch geschrieben, ey, ich kann dir was bauen, ich bin 3D-Druckfachmann, ich habe hier so eine ultimative Konsole. Die ist jetzt nicht die geilste Lösung, aber theoretisch könnte man die auch so montieren. Es würde vollkommen ausreichend sein, da den Linschacht zu füllen mit diesem Bedienteil, aber wir schauen einfach mal. Wir schauen mal, wir kommen auf jeden Fall voran, das Haartop ist da, das war so das geilste Ding überhaupt für dieses Auto. Und ja, wir sind es im nächsten Video, wenn es wieder heiß ist, jetzt noch im Dunkeln oder mal ein bisschen Blaulicht kommt oder Laugh Space. Machen wir auch ab und zu nochmal. Sag nochmal, dass das fett ist. Komm, die wollen das hören. Das Haartop ist fett. Ne, wo ist das? Fett. Sehr gut. Du machst die Augen zu beim Festschreiben. Ja, ich merke das. Ja, bis später. Ja, ist spät geworden. Ciao. Na, ciao!